Ich werde mal lieber schleichen. Ich habe das Gefühl, dass ich da nicht so viel Geräusche mache. Hm, okay. Wo ist es denn? Ich werde jetzt irgendwie nicht hier so lang laufen, ohne dass ich weiß, wo es ist. Unter mir ist es nicht. Inwieweit hört mich das eigentlich? Wenn ich stehen bleibe, dürfte es mich doch gar nicht mehr finden, oder? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Hä, wo ist es denn? Ich habe dich doch gehört. Ich kann Steine mitnehmen. Vielleicht kann ich das dann irgendwie ablenken. Hoffentlich. Ah. Es schwackt rum. Ich überlege gerade, wenn ich das in die Richtung locke, dann... Ich weiß nicht, ob ich dem hinterherlaufen will. Ganz ehrlich. Äh. Okay, das hat es jetzt nicht so unbedingt interessiert. Cool. Ist doch nur ein Stein neben mir hingefallen. Haben wir noch einen? Also, das lasse ich jetzt nie auf mir sitzen. Ihr seid doch blind. Ihr habt doch keine Augen, oder? Das hat er doch vorhin keine Augen. Als das vor uns verschwunden war. Das macht lustige Geräusche, aber warum... Der Stein schwackt da im Wasser rum. Jetzt nicht mehr. Hä, willst du mich verarschen? Was muss ich denn machen? Ich weiß es nicht. Hoch. Ist das so schnell? Ich habe keine Ahnung. Ist das dumm? Ist das nicht dumm? Äh. Scheiße. Alter. Schneller, 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 schneller. Oh, Gott, das will. Mein Herz. Alter, Falter. Mein Herz pocht. Ganz toll. Henry. Puh. Kann ich jetzt nochmal runter? Nein, natürlich. Die ist abgebrochen. Ja gut. Weiter geht's. Okay. Ich gucke erstmal, was hier überall ist. Aha. Tür. Hier ist... Das ist nur ein Raum. Mit einer Zunnerbüchse. Das nehme ich doch gern. Was haben wir hier dran? Natürlich. Gehe ich zuerst hier lang, oder? Oder nee, ich gehe erst in das andere, weil dort eine Tür ist. Wer weiß, wie lange das dort geht. Hä. Oh, hallo. Ich hoffe doch, hier gibt's keine Monster. Hä. 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 Ich hab irgendwie das Gefühl, dass es hier doch weitergeht. Das ist in einem anderen Gang. Aber gut. Bitte. Irgendwie geht's mir nicht so gut. Also, Daniel. Nicht mir. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich erschrecke mich nur vor Rohren. Und so. Also, ich muss sagen, die neuen Monster sind irgendwie unangenehmer. Die anderen sind richtig dämlich, aber die irgendwie nicht. Vor allem, der hat mich die ganze Zeit nicht gemerkt. Und dann. Mimimi, ich komm doch hinterher. Ganz komisch, ganz komisch. Mach mal Licht an hier. Ich such gerade noch. Oh, genau. Nach sowas suche ich. Perfekt. Hier heult wieder irgendjemand rum. Dabei sind wir doch gar nicht mehr im Gefängnis. Ich dachte, ich krieg halt nicht mal meine Ruhe hier. Ja, bitte. Hier kann ich nichts machen. Mimimimi. Ach, hier sind wir. Ja, gut. Wir haben einen Freund, ja. Hallo. Hi. Ich bin Daniel. Ja. Nein. 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 Kann sein Alexander broke his, I mean, my ore, a long time ago Really? Well, if you tell the truth, by all means, seek out the pieces of the broken ore and mend away I believe he uses them for torture now. They practically leap mad, which is quite useful I understand There should be six of them. Look around the choir and the transcend. You should be able to find them there Why? If I don't want that, it will be needed to get into the inner kingdom His branches are located in the full room Dinah, I hate to bother you, but if you're really going after Alexander, would you consider taking me with you? I know it sounds ridiculous. I mean, look at him. But if you find anything concerning a man named Johan Heim Would you please bring it to me? I believe he is working on a way to help them A recipe for some sort of potion A Tornik, to free me from this husk of mine Agrippa, the dead man, seeks a note of a man named Johan Beyer Thank you, note book Wie nah can I actually go? Fehlt dem etwa auch der Unterkiefer? Das is ja eklig Who me? I'm Heinrich Cornelius Agrippa. I was once quite important to you I wish I could... No, I can't No, I can't Hold the mouth, dude He doesn't see anymore, can I just throw it out? I just want to look at you His brother is quite impressive in many ways But he has grown up here What? 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 What do we have here? By me? I'm the next best city Alexander really one of the men of Johan Heim Do you have heard of Johan Heim? Hältst du mal das Maul? Hältst du mal das Maul? Hältst du mal das Maul? Oh Gott Ich muss arbeiten Diese Schnauze Ich überleg grad Kommst du vielleicht mal mit? Das ist aber ein schöner Stuhl Den will ich auch haben Nein Ich versuche irgendwie grad den Typen auszublenden Was ist das hier? Okay, okay Eine schwere Tür blockiert den Weg Danke Also der Daniel da muss ja auch Sorgen haben Dass der andauernd irgendwas aufschreibt Ne Nein, nein, nein Bleib doch einfach mal da drauf Ich will doch nur in die Luke rein Hallo Arschlo Kann ich hier nicht irgendwie... Oder auch nicht Alter Jetzt kann ich hier noch machen Ach Hält er jetzt die Klappe, ja? Was ist hier? Rot Okay Ich will noch den anderen Gang erkunden Ich weiß nicht, was es da gibt Schnauze Vielleicht hätte ich diesen Hebel erst später umlegen sollen Ich war grad verwirrt, wo ich bin Aber stimmt, der ist ja ein bisschen ja hier runter gegangen Ach komm jetzt... Hier ist es gar nicht so dunkel Hier, ich mach dir Licht Du Memme So, wo war jetzt... Hier war das Ach siehste Es funktioniert nicht Es funktioniert nicht, etwas scheint mit der Maschine nicht zu stimmen Zwei Hebel im Obergeschoss funktionieren nicht, wahrscheinlich gibt es ein Problem mit der Maschine Welche Maschine? Hier gibt es überall Maschinen! Oh! 9 August 1839 Ich kann's stop sweating and shaking The warding ritual was not something of a sane mind I did not even realise the dungeon was still in use Alexander had his servants bring one of the prisoners A murderer, he told me Alexander made all the arrangements But he said I had to perform the ritual in order to have the right effect The shadow could be led astray by the blood of another Killing the man would provide us precious time What else could I do? Alexander said it had to be done He is saving my life I don't have the luxury of argument Okay Okay